ein heißes hallöchen ich war heute noch mal spontan kurz vor meinem urlaub im action ich hatte die anfragen ob ich denn vielleicht noch ein bisschen was besorgen könnte und wollte selber noch mal in die regale gucken und ja das möchte ich euch jetzt gerne zeigen und dann schmeiße ich mich wieder hin denn mir ist etwas warm ich liebe dieses wetter so ist nicht aber mir ist jetzt wirklich warm so deswegen machen wir es gar nicht so lange und ich zeig euch mal eben was ich ergattert habe ich fange an ich fand das total lustig und dachte das probieren wir mal aus zahnpasta banana von den minions also keine ahnung ob das schmeckt oder ob das eklig ist oder weiß ich nicht bis ab sechs jahren die verpackung voll links karton finde ich gut also klimaneutral verpackt sieht für mich eher aus wie eine handcreme wenn ich ehrlich bin wenn man das so sieht aber das ist wohl eine zahnpasta sie riecht auch eigentlich normal ja ich bin gespannt wie die so ist also wir haben auch den kinofilm gesehen den neuen kann ich nur empfehlen mein sohn fand den großartig so dann für den urlaub noch ein ja das ist so eine handwaschcreme sagen wir es mal so weil wenn man ein bisschen unterwegs ist und man hat jetzt nicht unbedingt die möglichkeit sich jetzt irgendwie die hände zu waschen oder sonst was dann würde ich gerne das einfach mal mitnehmen sicher ist sicher das ist so ein kleiner beutel finde ich auch süß kann man dann auch abmachen und später vielleicht auch neu befüllen mit irgendwas anderem desinfektions zeug oder sonst was und da gibt es mehrere verschiedene von außerdem habe ich im action wieder einige bilder gemacht von artikeln die ich jetzt nicht gekauft habe aber die mir aufgefallen sind die vielleicht auch neu sind und die blende ich euch wie immer am ende des videos ein also wenn ich sage tschüss kommen dann noch ein paar bilder von mir so da wir jetzt beim hände sauber machen und so schon sind habe ich mir jetzt hier noch diese feuchten tücher mitgebracht auch für den urlaub die kommen dann bei mir in den rucksack weil gerade wenn wir vielleicht mal ein eis essen gehen oder so ihr wisst ja ne händchen können dann halt auch mal dementsprechend etwas klebrig sein deswegen eben mal abgewischt und dann ist das thema durch so dann habe ich mir noch ganz normales ladekabel geholt anderthalb meter braucht man ja auch immer mal und das kommt dann gleich bei mir ans bett ja dann habe ich noch für mein klein für unterwegs oder halt auch im hotel diese dieses diesen fun mix mitgenommen da sind halt so kleine mini tüten drin die schmecken ihm ganz gut und ja ich hoffe es ist nicht zu heiß wenn wir losfahren da wir auch mit dem zug unterwegs sind und mit bussen besser als schokolade würde ich jetzt mal behaupten so dann gibt es hier noch was anderes das kommt aber gleich im schrank das habe ich nur so gegriffen und habe das mitgenommen das bleibt hier zu hause so genauso hier wie andere naschereien da habe ich mir hier einmal diese käse chips diese hashtags mal mitgenommen und dann einmal das gleiche in paprika also auch ein bisschen was für die hüften ja was soll ich dazu sagen was muss das muss so ansonsten wenn wir unterwegs gehen habe ich diese flaschen hier gesehen da dachte ich mir die führen wir dann einfach auf mit bisschen wasser nehmen uns vielleicht noch die ein oder andere frische zitrone mit ins hotelzimmer schneiden die da rein oder eine andere frucht und haben dann für unterwegs was ich werde die nachher testen ob die auch wirklich dicht ist ich hoffe es jetzt auch dass die das aushält wenn man die in den rucksack packt wollen wir es mal hoffen die ist bis maximal 40 grad kann man die befüllen die sieht so aus ich also kann man nicht in die spülmaschine machen also nur hand abwaschen ja draußen unten der kleine spiel gerade ein bisschen verrückt jetzt musste ich mal gerade gucken was passt da rein 600 milliliter also so führen ja für einen halben tag sage ich jetzt mal bei mir reicht das auf jeden fall und wenn man viel unterwegs geht die kann man ja überall auffüllen davon habe ich dann zwei mitgebracht ja sicher ist sicher falls mein kumpel dann auch noch mal eine braucht der dann auch mit in urlaub fährt oder mein zwergi der hat ja auch noch eine flasche also von daher lieber was mitnehmen wie was brauchen und nichts haben so dann habe ich noch was anderes mitgebracht ich mache das jetzt doch mal ein bisschen an die seite so da kann ich euch das besser zeigen es gibt wieder wunderschöne die muss ich euch mal so hinlegen so diamond sticker ich habe zwar reichlich eigentlich aber ich finde die so schön ich finde die wirklich schön und ich müsste wirklich mal mehr damit machen und mehr damit verzieren und so sind die nicht toll also ernsthaft jetzt die liegen aber in der kinder abteilung also für jeden der die in der bastel abteilung sucht geht in die kinder abteilung hier sehe ich gerade hier ist eins das gehörte da nicht hin das hätte gelbes sein müssen aber auch egal habe ich halt ein silbernes meer die sind wunderschön oder also ich habe jetzt auch ich glaube alle mitgenommen einmal und ja die fand ich einfach großartig so dann gibt es die hier noch und einmal in pink und natürlich die schönste farbe zum schluss also für mich in lila so die fand ich auch richtig richtig toll so dann sollte ich mitbringen ein paar ribbons sie sind wohl neu es gibt wohl vier packungen ich habe aber tatsächlich nur drei maximal bekommen ich zeige euch die einmal und dann gibt es die hier noch aber die sind jetzt auch nicht für mich muss ich sagen die gehen dann irgendwann auf die reise einmal die ja und dann noch zweimal für jemanden anderes so die kommen dann auch weg die gehen dann zum neuen besitzer dann gibt es diese kleinen teile oh ich habe viel zu viel gekauft sehe ich gerade wollte ich gar nicht sonst doch wollte ich die beiden sollte ich auch mitbringen das sind so 3d kids die kann man halt basteln die sind ab sechs jahren und da macht dann hat man so so holzplatten würde ich jetzt mal meinen und dann packt man die zusammen und dann hat man eine coole figur da habe ich auch ein bild von gemacht ich glaube da gibt es ich weiß ich nicht 14 verschiedene oder so total cool also die beiden sollte ich kaufen die kommen auf den stapel und dann habe ich noch für meinen sohn drei stück mitgebracht er findet ja dinosaurier so toll und koalas und giraffen und da dachte ich mir klar warum denn nicht egal kostet nicht so viel nehmen wir alle drei mit und dann hat man auch schon mal eine beschäftigung wenn es vielleicht dann doch noch mal regnet und man nichts zu tun hat dann bastelt man halt ein paar 3d tierchen fand ich ganz niedlich und ich glaube er wird sich auch freuen so ja mehr war das schon gar nicht also da bin ich auch schon durch ich war zwar noch im rossmann aber da war jetzt nicht viel ein bisschen shampoo von daher ja nicht nicht sonderlich interessant für euch ja das war mein action haul ich verkrümmel mich dann bald in urlaub für ein paar tage mit meinem zwergi und ja für euch ändert sich nichts ich habe weiterhin die videos vorgedreht es kommen auch regelmäßig videos rein und ansonsten ihr habt ja bestimmt wenn ihr noch nicht alle meine videos kennt könnt ihr die ja nachholen und echt denkt dran ne geht raus geht in die sonne geht ins wasser tut irgendwas genießt das wetter solange es wie es noch schön ist ich finde es großartig ansonsten ja bleibt so wie ihr seid vor allen dingen bleibt gesund und jetzt kommen noch die bilder also bis dann habt einen schönen tag bye bis dann bis dann Vielen Dank.